Ich handel mit der Zukunft des Planeten. Ich verkörpere die menschlich gesteuerte Evolution. Kugelsicher. Übermenschlich. Wer zum Teufel sind Sie? Der Böse. Die Mission ist aufgeflogen. Wir brauchen Hilfe. Der Name unserer Zielpersonen ist Brixton. Er ist ein Phantom. Wir brauchen die besten Männer für den Job. Luke Hobbs. Ich bin wohl das, was die Leute als Arschtretter bezeichnen. Nun kann niemand entkommen. Deckard Shaw. Mich könnte man als Luxusproblem bezeichnen. Kein guter Teamplayer. Sie müssen zusammenarbeiten. Auf keinen Fall. Der Typ ist ein echtes Arschloch. In diesem Job kommt es auf Tarnung. Drei Stromstöße führen zum Tod. Bei Mr. Fish und Chips hier vielleicht. Du musstest ja unbedingt deine Klappe aufreißen. Ja, ich dachte, ein cooler Spruch wäre angebracht.